Musik Soap hat ihr vertraut? Ich dachte, ich könnte es auch. Also warum in Teufels Namen kennt Makarov dich? Ich war noch sehr jung und patriotisch, als ich Wladimir Makarov begegne. Juri, wach auf. Sakaya würde nicht wollen, dass du das verpasst. Dieser Deal wird Millionen für unsere Sache bringen. Geld kann viele Dinge kaufen, sogar Macht. Der Weg in unsere Zukunft beginnt hier, mein Freund. Was soll das heißen? Es ist zu leicht. Ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Sakayev hat nie vergessen, was wir für ihn getan haben. Unsere Belohnung war Macht. Aber Macht verdirbt. Tausende von Seelen mit einem Knopfdruck vernichten. Das war kein Krieg. Es war ein Wahnsinn. Ich weiß, was du getan hast, Juri. Du weißt, was du ihnen erzählt hast. Mein Freund. Vergründet haben. Verrennen. Was heute hier passiert, wird die Welt für immer verrennen. Nichts kann es aufreiten. Bin ich dein Wald, du. Heißt, was du hast, Juri und das? Du weißt, was du hast. Zu verlaufen, du hast nicht. Du weißt, was du hast, wenn du verräumt. Du weißt, ich sage dir wie du gehst. Du wirst du hier, alle sagten Sie. Nicht vergessen, kein Russisch. Ich war russischer Soldat, kein Mörder von Unschuldigen, aber in seinen Augen machte mich das zum Feind. Okay, Juri, du hast dir etwas Zeit verschafft. Vorerst. Jetzt vergessen.